Ich bin jetzt noch einmal spielen, dann? Ne, nur drei. Hey, sind alle drei gemacht? Jetzt kommt das dritte dran. Sollen wir das spielen? Ich stelle auf normal ein, ja? Oh ja, mal ein bisschen Herausforderung. Ganz ehrlich, Sandra und ich sind bei normal elendig verreckt. Ja! Ja, das stimmt, ja. Ist man nicht mehr gewohnt. Oh mein Gott. Oh, was mach ich denn? Äh, was mach ich? Oh mein Gott. So, jetzt sieht man wieder mal kurzzeitig mein Aufnahmeprogramm, aber ich musste den Ingame-Sound lauter stellen. Ist doch egal, wenn man sein Aufnahmeprogramm sieht, der ist ja nicht nackt. Oh doch, er ist so nackt, das Aufnahmeprogramm. Ich steh nämlich drauf, wenn Programme nackt sind. Weißt du, das ist nämlich so eine innerliche Erregung. Oh, wirklich. Oh, jetzt bin ich alleine unter Frauen. Jetzt bin ich dann schon wieder, ah nein, jetzt schon wieder die komische. Die komische. Komm. Guck mal, Jack, guck mal was ich kann. Ich roll die Treppe hoch. Nein, ich fall die Treppe hoch. Wie die die Treppe hochlaufen. Komm. Oh, komm, Elena, mach mir was schnell. Oh. Diese Position, wie du so da hockst. Das ist einfach... Die macht dich an, ne? Ja. Oh, überhaupt. Du denkst auch immer nur an das eine. Alleine dein Arsch, das ist viel geiler als der Breitarsch von Chloe. Ich hab mir einfach so ne Schrotpistole geknallt. Ja, ich hab mir ne Schrotpistole geknallt und sterbe dran. Wie werde ich kurz an allen Seiten beschossen? Ah, nein, die lassen wir ja Granaten fallen jetzt. Naja, ich habe ja jetzt extra schwer eingestellt, ne? Extra schwer für uns! Weißt du doch, wie wir da elendig ersoffen sind da drin? Ja, und man kann auf die Brücke so hoch. Das ist so langweilig, ich muss schon gehen. Das ist doch schwergestellt. Das ist doch schwergestellt. Das ist nur, weil wir jetzt zu dritt spielen, ne? Wenn du jetzt mit mir alleine spielen würdest, würdest du schon wieder heulen und schreien. Ich will nicht mehr! Das ist so scheiße, die spielen! Wer stirbt denn dauernd? Ja, wer liegt da grad im Sterben? Ich bin einfach wütig, wenn ich mich so vorbeugen kann. Lass' mir Chloe verrecken, dir nicht so ein Breitarsch. Oh man, meine schöne Chloe. Kannst du nicht damit umgehen? Lass' mir nicht sterben, das ist so ein Arsch! Nein! Genau, sei vorsichtiger! Ja! Gott! Lauf' ich mir hin, wenn du so vorher flogen! Ah! Oh weia! Oh weia! Oh weia! Ich hab nen breiten Arsch! Ich hab nen breiten Arsch! Wie schnell wir plötzlich leise geworden sind! Jetzt mussten wir uns kurzzeitig konzentrieren, glaub ich! Ja, ich schieße grad das erste Mal mit so ner blöden Sass, da ist das nicht so einfach! Ah! Wo kommen die alle her? Ah! 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 Neun! Ich glaub, Drek kriegt grad sein Kind! Ich bin ja schon so da! Fuck! Elena bekommt auch ein Kind! Nur streit sie! Fuck! Ah! 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 Und dann liegt grade in den Wehen und schreit! Fuck meee! Fuck uong! You little ass! Der Zeitluckenwalk. Ah! Boooo! Woesser woesser mir Theia? Ich habe so viel Wumms, da schleudert es dir dein Gesicht weg, wenn ich schütze. Chloe ist voll badass, aber das kann ich auch. Ich habe mir gedacht, es ist cool, wenn ich das so mache. Lass mich in Ruhe, ich will schießen! Ich schieße auf dich! Wo hänge ich denn da jetzt wieder? Hilfe! Ach, verdammt. Lela steht schon wieder ganz ängstlich vor meiner Tür und winzelt. Ich habe dich gefühlt so stark, du glaubst, du stirbst. Scheiße, ich hoffe, ich schaff's noch. Komm, schneller! Ganz schnell, komm! Mein Gott, wo steht denn ihr? Ich schaffe es nicht, ich bin gleich grau! Oh nein, komm! Oh mein Gott! Ich bin vor dir gekommen! Alles was zählt, ist die Mission. Die Mission. Fahrstuhlmusik. Ein bisschen um die Wartezeit zu versüßen. Mein Hobby, ich tanze gern zur Fahrstuhlmusik. Wo war das? Ich weiß, das ist voll peinlich, aber ich gebe es voll zu. Voll zu, ne? Es ist voll geil für mich, wenn ich im Fahrstuhl stehe und tanze. Ja, und ich mag, außerdem mag ich noch voll Spongebob. Oh, das ist einfach voll cool, ne? Und, ah, da bin ich ja wieder. Okay, ich kann schon wieder aufhören mit meiner Peinlichkeitsrede. Ich habe Fußball gespielt. Was hast du hier aufgehört, peinlich zu sein? Sag mal, was suchen wir hier eigentlich? Panterfaust! Panterfaust! Pats schon! Such ne Panterfaust! Gib mir auf den Topf, mit dem Elitwirt und Schaute 3 sag. Gib mir das mir auf den Topf. Ich komme! Ich bin tot! Ich bin tot! Ich bin tot! Sie ist schon gekommen. Ich gehe, ich gehe! Ich komme zu dir, Drake! Nein, ich will nicht, dass du kommst. Schon fertig. Komm zu dir! Da ist noch eine Achtung um die Ecke. Und nicht zu mir! Ich bin da! Wow, ich schieße gerade! Wieso tue ich das? Weil du dumm bist! Und den breiten Arsch hast! Ich bin tot! 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 Ich kann meinen Arsch alleine versuchen! Oh geil! Machst du da ein Video? Ich will das sehen! Hier hast du ein Video! Ich bin tot! Oh Gott! Oh Gott! Ich krieg Bauchweh! Ich... 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 Ich bin tot! So lustig bist du! Mein Name ist Sygev Bösewicht! Weißt du? Das ist nämlich voll schlimm, ne? Bei?! Bei?! Ich bin ne Nudel! Was? Das wusste ich immer schon, dass du ne... Nudel bist! Ich... Ich hack nie nudel! Auf! Komm, mein was? Was war mit Nudeln? Ich bin... ein... ich bin ein Nudel Auge! 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 Ich bin ein Nudel... Nudel Auge! Ja, das hat immer mein Kater gesungen. Mein Kater hat immer zu ihr gesagt, sie ist ein Nudelaug. Oh, ich hab Dinnidus. Oh nein, die Hand, sie kommt. Normalerweise springe ich jetzt noch nicht rüber, das ist nämlich ein viel zu früher Zeitpunkt. Wärst du drüben geblieben? Nicht zum Mainstream, wir gehen jetzt schon. Nein! Das war Pech. Ich glaub, ich sollte wieder auf super duper einfach stellen, weil das ist halt ja kein Mensch aus. Bleib einfach erstmal hier drüben. Du, das ist M9. Gold. Was? Ich werd beschossen. Headshot! Granate! Apfel! Kugel! Kekse! Kekse! Ich liebe Kekse! Kekse! Ich häng mich an wie ein Affe! Ich hab heute alles in den Let's Plänen. Affe! Ersche! Breite Ersche! Ich komm doch! Lass mich durch! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Scheiße! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Scheiße! Und jetzt kommt es doch wieder weg! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Das ist... ich freue mich schon in zwei Wochen geht's auf zum Nova Rock wo ich bin wieder da in elf Tagen um die Welt was ist in elf Tagen ja in elf Tagen noch mehr dann fahren wir weg rechne ich rechne ich kann nicht kopfrechnen 7 8 9 10 11 nein 12 Tage also dem Kani kommt für mich sowieso zuerst noch die Führerscheinprüfung wieder mal oder noch zwölf Tage sind what the fuck ich habe nur noch so eine schwule Mikropistole ja deswegen seid ihr jetzt alle zwei drüben und nicht hier da alleine ich schieße den gerade in den Arsch ich weiß du bist sowieso so eine perverse auch so du stehst voll drauf wenn du anderen Leuten in den Arsch schießt ne ne ich stehe auf Nudeln das ist meine bestellung ich habe getötet ja oh das sind ja noch ein paar und das sind ja meint so fabulous like ihm gefallen na, der Moskaliber mein Baby ich liebe Moskaliber ich habe sie lieb du 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 eines das Kaliber ist auch ich hab ich hab den Typen in den Kopf geschossen wieso lebt der noch da ist eine granate explodiert oh nein, Sherlock, wirklich? schreit mir nicht auf meine Hände so, kommt noch irgendeiner? ich weiß es nie oh doch, da ist noch einer boah! haha, ich war vor dir da nur antäuschen, komm wieder zurück ja, komm zurück! oh nein, das wird ihr tot sein kann ich schon haha ich hab ne Medaille bekommen Böbel Hort haha mann mein Gott, so schlecht war ich noch nie warum nimmt keiner die Gauen schießt einfach runter machen ist so wie der Typ vorhin auch haha da sitzt da ja ich komme dankeschön und da fällt die Gau einfach mal oh nein haha ich hab die Fische gebraucht oh nein das ist richtig episch ich fall hin, weil ich kurz vorm sterben war und die Gau fällt genau runter hier ich mach nochmal ich hab sie wieder in der Hand da da oh Gott ach man ach man oh nein, geh weg, geh weg, geh weg Ich muss euch sagen, ich hab grad vollen Krampf im Klang C bekommen Ah, das tut weh. Weißt du, wie hässlich das ist, wenn du einen Zehenkrampf kriegst? Da hab ich mal einen großen Zehenkrampf sogar. Ich bekomm die immer in allen Zehen. Das liegt daran, weil ich zu wenig Fisch esse. Oh, der fällt vor! Der schießt eine Grabe zurück! War's das? Ah ne, das hat so ein Sniper. Nein, da snipert noch keiner. Der ist tot. Juhu, jetzt kann man kletteren, Bitch. Wow, die Chloe, die ist auch sehr dumm, weil sie beschimpft sich selber als Bitch. Ich weiß schon, dass Bitch eine Hündin gemeint ist. Es snipert jemand auf mich gerade. Und ich bin am sterben! Oh nein! Haha, und da lacht sie mich aus, ne? Und, darf ich nicht lachen? Oh nein! Wow!